Fraktionssprecher Alexander Langgut bestätigte den Vorgang am Mittwoch in Iserlohn. Dem Iserlohner Kreisanzeiger hatte er zuvor gesagt, die Blaue Fraktion sei die erste bundesweit. Er erwarte auch in anderen Städten einen Wechsel. Vorbild Blaue Partei Die Blaue Fraktion orientiert sich an der von Ex-Haft-Chefin Frauke Petry gegründeten Blauen Partei. Auch er werde der Partei beitreten, sagte Langgut. Der Antrag ist gestellt, die Linie sei konservativ-freiheitlich. Eine AfD 2,0 werde es nicht geben. Politik soll vor allem im sogenannten Bürgerforum gemacht werden. Wir sammeln dort Menschen, die sich in die Politik einbringen wollen, ohne Mitglied in einer Partei zu sein, sagte Langgut. Abseitige Meinungen wie die von Aft-Parteifize Alexander Gauland oder Thüringens Björn Höcke hätten zur Abspaltung geführt, sagte er. Formulierungen wie der Islam gehört nicht zu Deutschland sein unglücklich, das Verhältnis zu den Medien sei kaputt. Bekannte Politiker für die Blaue Fraktion In der Blauen Fraktion sitzen landesweit bekannte Gesichter. Langgut, der auch Landtagsabgeordneter ist, ist vor kurzem bereits aus der AfD ausgetreten, ebenso wie der Landtagsabgeordnete Frank Kneppe. Den Wechsel in Iserlohn hatte die Fraktion am Dienstag in einer Ratssitzung bekanntgeben, wie eine Stadtsprecherin mitteilte. Der Adalas-prominente AfD-Vertreter hatte Ende September begonnen, als die bisherige Parteichefin Petri und ihr Ehemann, der damals noch amtierende NRW-Landtagsfraktionschef Markus Pritzell, der AfD den Rücken kehrten. In Iserlohn saßen seit der Kommunalwahl 2014 drei AfD-Mitglieder im Rat. Die Partei hatte in der 93.000 Einwohner Stadt 6,11 Prozent der Stimmen geholt. Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region. Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an LSALNW. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020